ja hallo meine lieben youtuber und willkommen auf meinem kanal peter rockabilly 1950 alle die mich morgen eventuell erwartet haben in sachsen-anhalt-thale bei möbel müller beim ultimertreffen also ich bin nicht dabei ich bin sehr sehr müde ich bin sehr sehr kaputt von diesen ganzen arbeiten hier an meiner an meiner simson an mein volksspielzeitprojekt ich lasse es morgen ein bisschen ruhig angehen und werde nach teistungen fahren heißt aduderstadt teistungen zum grenzland museum dort für 3 euro 50 solianka essen mir ein bisschen das grenzland museum angucken das hat übrigens für alle die dort hinkommen wollen um 10 uhr geöffnet und ich lasse es morgen ein bisschen ruhig angehen war das letzte mal in sachsen-anhalt-thale bei möbel müller beim ultimertreffen das waren wie ich so ein bericht im internet gefunden habe an die 8000 leute und ich muss mich erst mal an diese heißen temperaturen gewöhnen es ist kommentieren ins andere alter abschnitt rein und muss mich erst mal alles gewöhnen und so und ich dachte ich informiere ich mal und das ist seit morgen bis ein etwas ruhiger angehen und nach zum grenzland museum teistungen oder stadt teistungen ist es nicht so weit wie nach tale für mich und dazu kommt auch dieser ganze raps der noch da ist ich bin allergisch gegen raps und es ist dann auch immer viel verkehr viel wind und dann geht es mir nicht so besonders und die strecke nach teistungen ist da ein bisschen kürzer bisher nicht so erschwerlicher für mich und ja ich würde einfach sagen für alle die nach teistungen kommen wollen das ist hinter duderstadt so zwei drei kilometer zum grenzland museum die können mich eigentlich morgen dort sehen wenn sie wollen ja und freut euch schon mal drauf später gibt es wegen diesen aufkleber dekor noch ein video wie immer lasst ein abo lasst ein like da euer peter rockabilly kanal 2